Die Krähen stören natürlich schon. Es gibt schon so den einen oder anderen Bombenangriff, vor dem man sich in Acht nehmen muss. In der Summe aller Ereignisse muss man, glaube ich, was tun. Es nervt, weil wir immer die Autos sauber machen müssen. Mir am liebsten wäre die Bäume weg und dann wären die Vögel ja natürlich auch nicht mehr hier. Man kann hier nicht in Ruhe langlaufen, nur mit Schieren. Ist nicht gerade schön. Es kommen keine Leute mehr, weil die Vögel so voll scheißen. Abschießen, die ganzen Biester weg. Die Bäume sind beschnitten, mehr kann man nicht machen. Spannung. Bekahwin. 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 Vielleicht sollte ich mit meinem App mal ein bisschen arbeiten. Super. Ja, genau. Sehr gut gesagt. Es könnte von mir kommen. Oder aus der Tüte aus. Und bitte gucken. Und los. Und los. Ja schön. So was ist gut. Noch mal rechts links gucken. Und noch mal beißen. Und los geht's. Ja, die Krähen stören natürlich schon. Die Autos sehen entsprechend aus. Wobei man der Krähe an sich ja zugute halten muss, dass sie sich ja nur den Platz gesucht hat, den man ihr woanders weggenommen hat. Und deswegen kann die Krähe selber glaube ich nichts dafür. Guck ruhig die ganze Zeit in der Natur liegt. Ja, gibt schon so den ein oder anderen Bombenangriff, vor dem man sich in Acht nehmen muss. Das stimmt schon. Aber insgesamt wird da glaube ich schon ein bisschen übertrieben. Ein bisschen mehr Gelassenheit würde glaube ich allen gut tun. In der Summe aller Ereignisse muss man glaube ich was tun. Aber was tun heißt jetzt nicht unbedingt die Krähen erschießen. Ich denke, wenn man denen die Möglichkeit wieder geben würde in ihr altes Refugium zurückzukehren, wäre allen geholfen. Passt symbolisch. Vollmond und so. Dann warten wir noch ein bisschen. Hier hat ein Ast davor. Ab irgendwo zu werden. So ist das schon. Jetzt habe ich ja eh weg. Die schönen Nester. Geht ihr da? Bleibt mal einmal Licht. Wir sind wieder mal ein Hund. Hier aber den Straten. Ja. Das ist echt toll. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und bitte los. Er ist schon störend. Offenmarkt ist. Man kann hier nicht in Ruhe langlaufen. Nur mit Schirm. Ist ja die ganzen Dreck, alles runter am Schirm und so. Ist nicht gerade schön. Gestört. Aber es ist schon, wenn man hier am Markt speziell ist, wohl laut. Wenn der Kleine da am Kopf ist, dann laufe ich auch mit Schirm. Besser, ne? Dass der Kleine da nicht mitkriegt. Also ich hoffe nicht, dass das Kind dadurch krank wird. Deshalb laufe ich auch mit Schirm. Halt los. Halt los. Halt los. Und weiter. Und jetzt nach hinten weiter. Also es ist schon ein bisschen nervig, weil sie ziemlich laut, dreckig und den Schlaf stören, weil ich habe immer das Fenster auf und ich brauche das zum Schlafen. Und dadurch habe ich immer dieses Vogelärm bei mir zu Hause. Und es ist einfach nur nervig. Und es nervt, weil wir immer die Autos sauber machen müssen. Wir haben drei und es ist schon ein bisschen anstrengend und nervig. Wie lange ist der? Also wir wohnen seit knapp zwei Jahren hier und seitdem ist das auch schon so. Mir lieb am liebsten die Bäume weg und dann wären die Vögel ja natürlich auch nicht mehr hier. Und das wäre die einfachste Lösung für mich allein. Versuch mal an. Wie war das? Frustrierend irgendwie, weil es hieß, sobald die Bäume geschnitten werden, kommen sie nicht mehr wieder. Und das Resultat ist ja anders. Sie sind ja immer noch hier, Bäume sind gestutzt und nichts hat sich getan. Also eine Hoffnung. Wie sieht das denn hier aus? Es ist Appetik, da ist die Kirche, da ist die Kasse, da ist die Gaststätte. Und da werden Veranstaltungen abgelassen. Und da muss man sich von den Biestern vollscheißen lassen. Wo sind wir denn? Ist denn die Biestern mehr wert wie die Menschen? Abschießen, die ganzen Biestern weg. Aber entstehen die ja unter Naturschutz. Ach, was tue ich denn mit so einem Zeug, mit Raubvögeln unter Naturschutz? Die alles vollscheißen, die Menschen bescheißen. Sie behaupten Sachen, die absolut nicht stimmen. Wieso das denn nicht stimmt? Das hätten wir nicht, die Biestern da oben. Das stimmt nicht. Das heißt, unter europäischem Vogelschutzrecht ist das eine sehr geschützte Art. Und wir Menschen haben uns so breit gemacht. Wir Menschen haben uns so breit gemacht. Wir nehmen die in den Lebensräume. Und es muss auch ein paar Leute geben, wie der Naturschutzbund Deutschland, die sich für absolute Minderheiten noch einsetzen. Und das sind die.